Wir gucken, wie viel Geld hast du letzten Monat verdient? Okay, wir gehen rein. Yalla, go. Hi YouTube, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir beantworten mal wieder unangenehme Fragen. Mit dabei sind heute Max und Dave. Frank Crafter und der Kameramann von dem. Was er mir als er seine Dateien geschickt hat. Einfach nur 10 MP3s geschickt, weil er dachte, wir brauchen nur den Ton. Danke, Doc. Digga, das heißt, er ist jetzt einfach. Hä, was? Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne den Daumen nach oben. Warte, was? Ich dachte, wir brauchen nur den Ton. Dein geschickt hat einfach nur... Ich scheiße auch. Willkommen zu dieser Folge von unangenehme Fragen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das war noch Dave eine Glatze. Aussehender Cutter, Timo, hat heute wieder 10... Ich muss lauter machen. ...fragen rausgesucht, die ihr bitte ehrlich beantworten sollt. Sehr gut aussehen, das kann ich sogar aus erster Hand bestätigen. Timo wieder geisteskrank am Cappen einfach. Frage 1. Gibt es eine Marke von einem Influencer-Kollegen, die du absolut scheiße findest? Ich habe eigentlich... Nö. ...die Erfahrung gemacht, dass alle Produkte, die ich in die Hände bekommen habe, die ich mir gekauft habe... Obwohl? Nee. ...wirklich cool waren, was ich aber nicht so nice finde. Von dem Kollegen nicht. So einfache, wild-lämigen Produkte, wo einfach ein Logo auf ein bestehendes Produkt geklatscht wird und dann als innovativ verkauft wird. Aber mir fällt selbst da nichts Besonderes ein. Ja, bestimmt auch nicht nur eine. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Kollektion an. Aber die werde ich nicht nennen. Mittlerweile ist es so, dass es so viele Marken gibt. Er muss es auch nennen. Das ist ganz geil, dass man sich aussuchen kann. Hey, das gefällt mir, das will ich kaufen, das will ich nicht kaufen. Und ich finde es ganz cool, dass die Entwicklung so ein bisschen dahin geht, dass Brands von Leuten gekauft werden, die man... Obwohl die scheiß Kondome von Papa Platte platzen immer. Cool findet... Spaß? Nee, keine Ahnung. Also ich habe ehrlich nichts. Anstatt, dass man bei Zara und H&M und so einkaufen geht. Deswegen finde ich die Entwicklung an sich mega geil. Aber es gibt natürlich Brands, die ich nicht unbedingt feiere. Boah, also ich würde jetzt nicht direkt scheiße sagen. Das ist auch ein bisschen übertrieben. So egal, wie kacke man vielleicht das Design am Ende... Obwohl doch! Obwohl doch! Wichtiges BRC-Cosmetics sind die schlimmsten. Ich glaube, da gibt es immer viel Arbeit und Liebe, die reingeflossen ist. Ich glaube, ich habe zum Beispiel die erste Kollektion von AMA jetzt nicht so gefeiert. Und Hugos Pappschild ist auch scheiße. Ich muss aber auch sagen, dass sich das halt übelst verbessert hat. Und ich glaube, der dritte Drop, dass ich den zum Beispiel auch viel cooler fand als den ersten. Den ersten fand ich halt so semi-fresh. Aber ich glaube jetzt... Für fresh? Jo, das ist übelster Müll. Hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Ich auch nicht. Außer bei Wichtiges. Ja, hey, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht tragen. Frage 2. Wie viel Geld ging letzten Monat auf dein Konto ein? Unangenehm. Digga, da ging irgendwie 5 Millionen weg. Digga, ich habe keine Ahnung. Weil im letzten Monat super viel Geld aus den letzten Monaten angekommen ist. Damit es noch vor Jahres... Soll ich gucken? Ich gucke jetzt auf mein Bankkonto. Zusammenrechnen. Ich kann nicht... Ich muss... Ich brauche einen Taschenrechner. Ich brauche echt schon einen Taschenrechner. So. Das. Aber... Ich musste... Ich... Ich musste auch... Äh... Zwischen vielen roten Zahlen das Ganze suchen. Das heißt... Davon ist... Nix mehr da. Okay, weiter geht's. ...schluss dann wirklich auf meinem Konto ist. Das ist nicht alles... Ja, also das... Das kam auf meinem Konto an. Ja. ...aus diesem Monat. Aber im letzten Monat... gingen 86.000 Euro auf meinem Konto ein. Alter, was? Digga, was? Okay, das ist nochmal Next Level hier. 56.000 Euro, aber auch raus. Also ich kann so viel sagen, dass ich sowas noch nie gesagt habe und dass im Dezember ein paar Zahlungen zusammengekommen sind, die auch aus vorherigen Monaten waren und ich glaube, es waren ungefähr 75k. Freunde, ich weiß, es ist wahrscheinlich übelst der Flex, keine Ahnung, aber ich gucke ultra selten auf mein Konto, ich weiß es nicht. Was kommt jetzt? Ich habe seit wahrscheinlich sechs oder sieben Monaten nicht mehr selber auf mein Konto geguckt. Ich lasse mir immer so Screenshots von meiner Mom schicken, so alle sechs Monate, um zu gucken, ob ich noch mehr Aktien kaufen kann. Aber tatsächlich weiß ich es nicht genau. Ich schätze aber mal wahrscheinlich so 50k oder so. Warum guckt er denn nicht? Er muss doch einfach nur auf seinen... Ach, scheiße. Aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Frage 3. Wofür schämst du dich? Wofür ich mich ein bisschen schäme? Ich bin fett. Ich bin zugenommen über die letzten Wochen. Ja, er sagt es auch! Nee, keine Ahnung. Aber ich arbeite schon mal. Eigentlich bin ich ziemlich schamlos, aber wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann vielleicht so ein bisschen dafür, dass ich rauche und das angefangen habe, öffentlich zu kommunizieren. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber gut von ihm? Ich würde gerne aufhören, aber ich verfalle der Nikotinsucht. Das finde ich schon sehr unangenehm und peinlich. Vielleicht eine weitere Sache sind die zahlreichen Unfälle, die ich 2021 hatte, alle selber verschuldet. Ich bin erst in eine Stange reingefahren, dann bin ich in einen LKW reingefahren. Digga, der Tesla hat 5000 Kameras. Wo kann man denn da ranfahren? Dann vorne rechts in eine Wand und dann auch noch jede Felge, die dieses Auto hat, mitgenommen. Alter! Boah, ich muss wirklich sagen, ich schäme mich am meisten für diese YouNow-Zeit, die ich damals hatte. Ich weiß, dass es viele Leute, die lange schon dabei sind, übelst krank feiern, aber ich habe früher so Videos gemacht. Da bin ich auf YouNow gegangen, das war so eine Livestreaming-Plattform, die huge war damals. Digga, YouNow. Im Grunde haben da Leute halt so gestreamt und dumme Scheisse gemacht. Holy shit. Ich bin dann immer so hingegangen und habe die dann so getrashtalkt, jetzt nicht übelst böse, aber war schon unnötig und dann immer mit der Community hingegangen und haben die irgendwie eine Scheisse geschrieben und so, ja. Aber ich war halt auch einfach jung und brauchte das Geld. Naja, ich war einfach nur jung und habe da nicht so drüber nachgedacht, während ich jetzt heute da ganz anders drüber denke. Ich glaube, das ist das einzige Gefühl. Das verstehe ich bis heute nicht. Wo ist Kevin hier jetzt gerade? Ist das irgendeine Wohnung in Köln? Ich bin gar nicht mehr durch, ehrlich. Wirklich Schäme, in Anführungsstrichen. Ansonsten ist mir eigentlich relativ wenig peinlich. Frage 4. Wann hast du das letzte Mal Drogen genommen, um deine Gefühle zu unterdrücken? Noch nie. Um ehrlich zu sein, habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Boah, ich weiß nicht tatsächlich, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Ich war da nie so großer Fan von. Meine Mom hat mich übelst krank gut erzogen, was das angeht, finde ich. Ich hoffe, ich gehe das bei meinen Kindern später auch hin. Ich glaube tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Ob das war, um meine Gefühle zu unterdrücken, kann ich nicht sagen. Das müssen die Leute um mich herum sagen. Aber ich habe an Silvester 2021 auf 2022 Drogen genommen. Frage 5. Warst du da unsicher wegen irgendetwas an deinem Körper? Ja, ich bin fett. Dass ich in den letzten Wochen und Monaten zugenommen habe, weil ich so viel gutes Essen für meine Videos gegessen habe. Nicht, Junge. Stimmt. Nicht wirklich unsicher, aber man merkt schon, dass die letzten Jahre zehn Stunden am PC sitzen, ihre Spuren hinterlassen haben, der Sport zu kurz gekommen ist. Das, was dieser Mann sagt. Das ist wohl in meinem Körper. Es gibt eigentlich wenig. Im Sommer ist vielleicht so ein bisschen... Aber PogChamp.de läuft. Schuppenflechte. Ich habe auf dem Oberkörper überall so rote Punkte, so trocken... Habe ich auch, aber ich habe es auf dem Kopf. Trockene Hautstellen, das sieht ein bisschen weird aus. Ist aber nicht ansteckend, nicht gefährlich. Das sieht einfach nur scheiße aus. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten nichts Größeres. Also ich würde nicht direkt unsicher sagen. Ich bin eigentlich ziemlich confident und ziemlich froh, so wie alles halt passiert ist in meinem Körper. Ja, es lauert der. Oder wie auch immer. Ich glaube, zwei Sachen, die mich halt übelst abfacken, ist halt mein Auge. Weil dadurch muss ich halt eine Brille tragen und ich finde, die Brille sieht einfach... Egal welche, sieht nicht gut aus an mir. Und ich habe sehr, sehr große Zähne, dicker. Ich finde, die sehen so aus, als könnte ich so eine Räder mit erlegen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen überdurchschnittlich drauf. Aber ich weiß, was er meint. Frage 6. Wann hast du das letzte Mal Content gebracht, welchen du nicht mochtest? Nur weil es funktioniert hat? Also... Mh... Der Reaction-Channel. Ja. Also nicht mochte, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber ich sage mal, tendenziell... Nee, ja doch. Gebracht, weil es funktioniert, war wahrscheinlich vielleicht sogar das letzte komplette Jahr. Weshalb ich ja jetzt auch diesen Switch gemacht habe, dass ich quasi auf meinem Main-Channel Vlogs mache und einfach das mache. Der scheiß Reaction-Kanal. Und ja, zum ersten Mal lese ich wieder Kommentare und schaue auf Twitter, was die Leute dazu gesagt haben. Gucke mir Reactions ab von anderen Leuten zu meinen Videos. Nee, aber ehrlich gesagt, warte, ich glaube, ich habe sogar ein Video. Irgendein Video fand ich ultra scheiße. Ich glaube, das war... Ich glaube, das war das Melonen-Bau-Video. Ich glaube, das fand ich nicht so geil. Ach, keine Ahnung. Das ist sehr, sehr geil und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass die Community das so gut annimmt. Das war letztes Jahr eigentlich das einzige Mal, dass mir das wirklich passiert ist und das war mir auch eine richtige... War auch Trash, ja. ...das war zu einer Zeit, wo durch Kevin und Trimax dieses Pokémon-Ding in Deutschland riesengroß wurde. Ich habe... Ich liebe Pokémon-Karten. ... dann auch angefangen, Booster auf Twitch zu öffnen, YouTube-Videos darüber zu machen. Im Endeffekt habe ich gemerkt, dass es passt überhaupt nicht zu mir. Ich war nie Pokémon-affin und ich habe es einfach nur für Klicks gemacht und weil mir Uploads gefehlt haben. Das war mir... Ach so, oh, weil es... Ach so, auch was, was man gemacht hat, weil es im Hype war? Ja, nee, keine Ahnung. Dann... Nehmen. Das habe ich... Dann wahrscheinlich will ich nichts. ... gemacht, damit Sachen kommen. Das würde ich nicht wieder machen und das war mir eine wirkliche Leere. Das ist, glaube ich, mein biggest Flags. Seitdem ich Koch-Videos habe, habe ich kein solches Video mehr hochgeladen. Das war dann irgendwann davor, wo ich auf Zwang irgendwas gemacht habe. Aber ich feiere, was ich mache. Frage 7. Was ist dein Go-To? Suchbegriff auf FSK 18 Seiten. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das... Fetter Arsch! Ne, keine Ahnung, nix. Aber ich bin da... Also ich war... Wer gibt denn da oben was in die Suche ein? Also ein Startseitenkrieger, also nichts Spektakuläres. Ja, das, was dieser Mann sagt. dass ich das aktuell gar nicht so richtig sagen kann. Ich feiere ja sehr viel so Solo-Stuff immer noch. Aber es schwankt auch wirklich von Tag zu Tag. Ich habe aktuell wirklich so eine Findungsphase wieder oder so. Ich weiß nicht genau. Was lautet dieser Mann? Ich habe letztens tatsächlich auch mal wieder probiert, auch richtig auf Krampf, mit Absicht, mir einen Hentai anzumachen und darauf zu masturbieren. Es hat nicht funktioniert, Freunde. Ansonsten bin ich eigentlich sehr im Curvy-Bereich unterwegs, sage ich mal. Das spricht mich dann persönlich doch am meisten an, würde ich sagen. Das Ding ist, ich bin ein Startseiten-Warrior, denn auch da... Ein Startseiten-Warrior! ...der Algorithmus mittlerweile ist nicht gut. Ich habe wenig Go-To-Suchbegriffe. Ich habe mich dabei entfernt, eine halbe Stunde irgendwas rauszusuchen, bevor es losgehen kann und nehme irgendwie das Erstbeste, um nicht zu lange auf den Webseiten zu verbringen und damit zu viel Zeit zu verschwenden. Aber ich habe angefangen, Kommentare zu lesen. Das kann ich jedem von euch nur raten. Das ist sehr unterhaltsam. Besser als auf YouTube noch. Frage 8. Wann hast du das letzte Mal etwas Illegales gemacht? Und was war es? Ich habe da wirklich... Ahnung. Ich war letztens... Ehrlich, keine Ahnung. ...Skiurlaub. Da muss man eigentlich Maske tragen. Wenn es leer war, habe ich keine Maske getragen. Wow. Welcome to San Andreas. Boah, das ist echt... Nee, ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe zu schnell gefahren. Vermutlich war es Grasrauchen. Und das war wahrscheinlich... Kiffrott. ...4 Tage oder so. Schön, Kevin. Ich bin eigentlich ziemlich legal unterwegs. Meine Mama habe mich da eigentlich ziemlich vernünftig erzogen. Ziemlich legal unterwegs. Erstmal einen fetten Joint ballern. Ich habe tatsächlich noch nie was geklaut mit Absicht aus einem Supermarkt. Also ich bin da eine fucking Bitch. Deswegen, ja. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich gemacht habe. Drogen genommen am Silvester dieses Jahres. Digga, Drogen nehmen. Hört sich so dumm an. Und ansonsten bin ich eigentlich ziemlich straight rechtsschaffender Bürger und lasse mir wenig zu Schulden kommen. Hier und da vielleicht mal ein bisschen zu schnell gefahren, wo jetzt... Oh ja doch, was? Ich habe heute in einem Boot geparkt, wo man nicht parken darf. Aber ich park da immer, weil immer alles voll ist. Ist doch scheißegal. Der Anwalt probiert mich vom Fahrverbot zu befreien. Digga, was? Digga, Dave, Alter. Junge, dass Dave ein Auto hat, ist auch so... Digga, der fickt alle Felgen, fährt hinten vorne rechts an der Seite mit seinem Auto an, hat bald Fahrverbot. Was macht der Junge denn? Keine Anzeige, keine Vorstrafen. Ich habe früher ein paar Sachen gemacht, die man vermutlich illegal einstufen könnte. Das kann ich aber... Das würde hier den Rahmen sprengen. Das kann ich hier nicht bringen. Frage 9. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ja. Jo. Ich würde sagen, ja. Also, ich glaube, ich habe einen guten Einfluss auf mein Umfeld. Ich helfe jedem, wo ich kann und mache das natürlich aber auch nur, wenn ich checke, dass die Leute aufrichtige Intentionen haben. So, und da bin ich aber auch bereit, uneingeschränkt quasi zu geben. Also auch Arsch zu geben, natürlich. Das müssen wir meinen Angestellten fragen. Leo, bin ich ein guter Mensch? Ja? Hey, Digger! Hinten in der Kamera. Safe. Safe, du bist ein guter Mensch, Mann. Okay. Ja. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Nee, aber ich weiß es wirklich nicht. Also, ich bin ziemlich straight. Ich könnte vielleicht mal unangenehm dadurch auffallen, dass ich Leuten vorhalte, wenn ich irgendwas scheiße finde. Abseits davon läuft aber eigentlich alles und ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich mit anderen Leuten umgehe, was ich so mache und so. Ich glaube schon. Ich meine, ja, also all in all auf jeden Fall. Ich habe auch meine Fuck-Ups und bin manchmal irgendwie kacke zu Leuten. Manchmal, wenn Leute mich nach ihrer Meinung fragen. Ich fange immer wichtiger im Stream ab und sage, er ist ein Noob und L und Baby Rage. Aber das stimmt auch. Dann sage ich nicht, hey, das ist nicht so gut. Sondern ich sage halt, das ist Ultra-Shit. Und ich übertreibe dann halt so. Das ist halt so ein, zwei Sachen, so schlechte Eigenschaften, die ich habe. Genauso wie, dass ich nicht so aufgeräumt bin. Aber all in all im Gesamten würde ich eigentlich sagen, dass ich ein sehr guter Mensch bin. Ich habe das Gefühl, ich möchte für jeden meiner Freunde und Familie immer nur das Beste. gehe so toxischen Shit so gut, wie es geht, aus dem Weg. Manchmal habe ich ein bisschen Bock auf so Stress oder so, aber das versuche ich so gut, wie es geht. Manchmal hat man Bock auf Stress. Was labert dieser Mann. Ich bin eigentlich auch relativ selbstreflektierend. Oh Mann, Alter. Frage 10. Wann hast du das letzte Mal jemanden ernsthaft angelogen? Boah. Gestern Hugo. Ich bin aber nicht ans Telefon gegangen, obwohl ich zu Hause am PC war. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Der hat mich angerufen und gefragt, ob ich da bin. Ich habe gesagt, nö, aber ich war da. Krass Lügen ist. Aber wenn... Ich hatte keinen Bock auf seinen scheiß Craft Attack Parcours, den er schon mit fünf anderen Leuten gemacht hat. und ich den eh auswendig kannte. Deswegen habe ich gesagt, kein Bock. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe, um 14 Uhr, und ich weiß genau, Alter, ich war da easy eine halbe Stunde hin und die Person fragt, wann ich ungefähr komme und ich sage der so, ja, hey, ich verspäte mich leider. Dann sage ich immer so, ja, ich verspäte mich um 10 Minuten, obwohl ich genau weiß, ich verspäte mich zu 100 Prozent, zu Minimum 20 Minuten. Aber ich habe immer das Gefühl, es kommt dann so ein bisschen gechillt darüber, als wenn man sagt, yo, ich komme 20 Minuten zu spät, weil 20 Minuten ist so ein richtiger Brocken. Aber so richtig krass gelogen, glaube ich, ist schon echt lange her. Also ich habe mal in einer vergangenen Beziehung quasi, während ich in der Beziehung war mit einem anderen... Und vor ein paar Wochen meintest du, World Boys Baba Content, so fresse. ... quasi so ein bisschen geschrieben und so und dann halt immer gesagt, dass ich halt von der nichts will, obwohl ich halt, glaube ich, schon was von der wollte. Und ja, da habe ich quasi so richtig krass gelogen, was übelst der Knechtenhoch war von mir. Und da habe ich mich auch auf jeden Fall weiterentwickelt und sowas würde ich immer mitteilen, beziehungsweise gar nicht erst anfangen. Wahrscheinlich kommt das bei mir häufiger vor, wenn ich nach einem Treffen gefragt werde oder danach gefragt werde, Zeit zu verbringen. Irgendwann nimmt einem das keiner mehr ab, dass man wirklich die ganze Zeit am Arbeiten ist und dann muss man sich vielleicht andere Sachen einfallen lassen. Das wäre das Erste und auch Einzige, was mir dazu einfallen würde. Ansonsten sind wir untereinander in der Freundesgruppe ziemlich straight damit, wenn wir Sachen der anderen Person scheiß finden, das zu sagen, wenn irgendwas an der Arbeit nicht stimmt, irgendwelche Mucke oder Videos oder so nicht richtig geil sind. Da müssen wir nicht mehr lügen. Aber wahrscheinlich so Zeit verbringen, Termine ausmachen, Termine verkacken. Da wird schon das eine oder andere Mal eine Notlüge eingeschoben. Letzte Frage. Da fällt mir auf, wenn ich länger drüber nachdenke. Was ist die letzte Frage? Danke fürs Beantworten. Gehabt euch wohl. Euer Mr. Trespeck. Ich danke vielmals. Danke für die Einladung. Danke, dass wir das Video angucken dürfen. Ja, war ein Banger-Video. Und ich habe alles beantwortet. Ich bin ein guter Typ. Ja. Das gibt ein Like. War ein gutes Video. War actually cool anzugucken. Und ich habe alles beantwortet.